hallo und herzlich willkommen zum technikratgeber mit wolfgang rudolf hallo und herzlich willkommen mal wieder etwas mit funk mit drahtlose übertragung und zwar ein video übertragung set womit natürlich auch ton übertragen wird auf 5,8 gigahertz also nicht in einem normalen überlasteten 2,4 gigahertz bereich sondern viel weiter oben da wo im moment jedenfalls noch nichts los ist ungeschüttete übertragung bis zu 100 meter geht vielleicht auch noch ein bisschen mehr auf direkte sicht was ist das nun es besteht aus zwei geräten einmal es ist für apple produkte also ipad und iphone und ipod hier wird an diesen connector angeschlossen dann leuchtet eine blaue leuchtdiode da drin es ist ein akku eingebaut der hält für sechs bis sieben stunden dann kann man den wieder aufladen hier unten ist ein anschuss dran per usb und das war es ein kanal umschalter für drei kanäle und dann gibt es dazu diesen empfänger und dieser empfänger der wird mit dem netzteil betrieben das wird mitgeliefert mit dem netzteil kann man natürlich dann auch den anderen aufladen und hier ist ein kabel dabei ein anschuss der geht dann zu einem display projektor oder was auch immer so und jetzt die paarung das geschieht ganz schnell von allein du bleibst bitte an und dann mache ich nichts anderes als hier ein video was ich habe zu starten und dann schaltet das display aus die übertragung beginnt da hinten auf meinem fernsehgerät mit 576 also einer wirklich guten qualität die ausreicht für die ganz normalen anwendungen und wenn sie hier wenn wir hier mal ein bisschen vor laufen lassen sehen sie das ist also wirklich live dargestellt nichts gefuscht und nichts getürkt also ein funkset das können sie anstecken an das ipad an ihr iphone oder sonst wo können dort videos oder dia shows oder sonst etwas streamen quasi hier zu diesem empfänger und der ist per kabel angeschlossen an ihrem wiedergabegerät zum beispiel am projektor oder man sind fünf meter großes bild oder sonst was in dieser richtung sorgen damit sie sehen ich schummel nicht ich kann mein ipad hier natürlich wegnehmen gar kein problem und die verbindung hier ist nach wie vor vorhanden und wenn ich dann hier beende stoppe stoppt es auch da also nichts getürkt alles schön alles gut und funk ist eine feine sache ohne stolper strippe ich habe spaß damit und sie und tschüss und und